Der Kerl, den Sie jetzt sehen, der ist auch zum Verlieben, weil er so süß ist. Baby-Elefant Nawan aus dem Norden von Thailand. Mit aller Kraft schmeißt sich der kleine Mini-Elefant in seine eigene kleine Badewanne und er hat wirklich sichtlich Spaß dabei. Dass er dafür eigentlich schon zu groß ist, das scheint ihn jetzt nicht wirklich zu stören. So sieht das Ganze dann auch ein bisschen tollpatschig aus. Zu allen Seiten spritzt das Wasser aus der kleinen Wanne. Bis es seiner Mutter dann allerdings noch zu bunt wird mit der Wasserverschwendung. Ich habe am nächsten Mal dann vielleicht einfach eine größere Wanne benutzen. Ja und damit verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder um 17.10 Uhr. Hier im ZDF erwartet Sie jetzt meine Kollegin Karin Webb live aus München mit Leute heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.